Das Sushi kommt immer wieder. Immer wieder kommt das Sushi und so ist es oft mit dem Ärger. Der Ärger kommt immer wieder, weil keiner den Ärger vom Band nimmt. Und das, liebe Gäste, ist der Ärger, der ihnen schadet. Machst du schon ganz gut, Gabriele? Nochmal. Sehr gut. Sie sehen, ich muss mir bei großen Mädchen viel mehr einfallen lassen als bei kleinen. Ich frage sie hier und jetzt, wann haben sie zum letzten Mal so was Geiles erlebt, dass sie eine Gänsehaut hatten? Dass sie dachten, jetzt ist das Leben so toll, jetzt könnte ich sterben. Das meine ich mit verrückte Dinge tun. Und meine Damen, meine Herren, ich versuche jetzt mit Hilfe von Christine vier Funktionen Bass. Harmonie, Melodie plus Verzierung mit einer Hand abzudecken. Sehr schön. Im Timing bleiben. Ich spiele mal die Melodie. Sehr gut. Und besonders schwer zu brechen sind diese verdammten mentalen Limits. Wir haben alle Glaubenssätze in uns. Die sind oft gar nicht von uns. Die wurden uns eingepflanzt. Was geht, was nicht geht, was zu uns passt. Werfen sie die über Bord. Strahlender Sonnenschein. Alles wieder gut.